Skitest.net versteht sich als unabhängige Testgesellschaft. Sie arbeitet mit staatlich geprüften Skilehrern des Tiroler Skilehrerverbandes, der alle Skineuheiten der kommenden Saison testet. Das Ziel der Testfahrten liegt nicht in der Tarnung von Werbemaßnahmen, sondern in der wissenschaftlichen Erhebung und Auswertung technischer Fakten. Die darauf basierenden Kaufempfehlungen dienen in erster Linie der sachlichen Konsumenteninformation und orientieren sich an den Standards renommierter Konsumentenschutzorganisationen. Bereits seit 1998 analysiert Skitest.net rund 2500 Fakten pro Testverfahren und vertraut dabei auf professionelle Skifahrer, den Tiroler Skilehrern. Was den Skitest definiert hervorhebt, ist sein bewährtes Prozedere. Getestet wird nämlich nicht nur durch verschiedene Skilehrer, sondern auch bei allen möglichen Schnee- und Pistenbedingungen in ausgewählten Testgebieten über mehrere Wochen. Schließlich ist es vergleichsweise einfach, auf einer perfekt präparierten Piste guten Fahrkomfort zu bieten. Wie jedoch verhält es sich auf eisigen Steihängern oder bei Nassschnee mit Drehfreudigkeit, Stabilität und Spurtreue? Welche Modelle bewahren ihre Spritzigkeit tatsächlich von Fern bis Kunstschnee? Dank der differenzierten Fakten fallen so dann Wintersportler beim Kauf ihres Skimodells in diesem Jahr bestimmt nicht auf Querschläger hinein.